Warte mal, los! Schade. Der hat so ne süße Bälle. Total goldig. Zeig mal. Zeig mich mal. Elliot. Soll er heißen. Im Epic haben gerade haben Leute gefunden gestern. Da will er aber nicht richtig fressen. Aber man sieht es an den wackelnden Ohren. Und an seinem dicken, dicken Bauch. Dass er so ne 50 Stunden doch massiven Wurmbefall hat.